Okay, geht los. Willkommen zur spongetastischsten Party des Jahres heute hier live aus Berlin. Wir haben uns es nicht nehmen lassen, eine Grillparty à la Crosse Krabbe hier zu veranstalten. Deswegen haben wir uns Felicitas Thén eingeladen. Sie ist TV-Köchin und hat so einiges auf Lager. Vor allem der Umgang mit Feuer gefällt dir scheinbar sehr gut. Du bereitest für uns Burger vor. Ja, und zwar gibt es bunte Burger mit Krabben, also quasi alles von Spongebob vereint. All right, bunte Burger mit Krabben. Und ich frage mich die ganze Zeit, hat man sowas eigentlich, also wann hast du den Entschluss gefasst, TV-Köchin zu werden? Ich wollte schon mit 10 oder 12 Fernsehköchin werden, aber damals denkt man natürlich nicht, dass das passiert. So wie, ja, ich möchte Britney Spears werden, wird man ja nicht. Und auf einmal hat es doch irgendwie geklappt und manchmal wache ich morgens auf und denke, danke, und bin so happy. So früh hast du das schon für dich gemacht? Ja, ich wollte immer nur das. Gab es ein Vorbild für dich? Jamie Oliver, tatsächlich. Okay, gut. Du bereitest bis in den letzten Zügen. Ich gucke mal, was unsere Nickelodeon-geprüften Spongebob-Käse. Auf jeden guten Burger muss Käse. Auf jeden guten Burger muss Käse. Jetzt darfst du gehen. Da freue ich mich drauf. Ich bin jetzt hier an der Expertinnen-Bar. Wie sieht es denn bei euch aus? Es ist nicht mehr so lange Zeit. Bis 19 Uhr nur noch eine Stunde, nee, noch zwei Stunden, oder? Ja. Genau, jetzt ist 17 Uhr, noch zwei Stunden und dann kommen wir zur großen Außenwette. Wie sieht es denn da momentan aus? Also ich würde sagen, der Platz füllt sich langsam, aber wir brauchen trotzdem noch eure Unterstützung. Also wenn ihr in Berlin wohnt, kommt vorbei. Wir würden uns sehr freuen, mit euch gemeinsam den Titelsong von Spongebob zu singen. Ja, Wollo, auf jeden Fall. 100 Menschen sollen hierher kommen. Alle sollen etwas anhaben, was möglicherweise etwas Gelbes ist. Auch Requisiten, kleine Utensilen. Was zählt und was zählt nicht? Gibt es da irgendwie Vorschriften von eurer Seite? Hauptsache irgendwas Gelbes, würde ich sagen. Hauptsache irgendwas Gelbes. Ganz egal. Okay. Okay, Leute, während wir diese Party des Jahres hier vorbereitet haben, ist auch noch was Schönes anderes in Berlin passiert. Ein Streetart-Künstler hat ein fettes Mural an eine Wand gezeichnet und das gucken wir uns jetzt mal. Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! Wer wohnt in der anderen, das ganz tiefe Meer? Bonsch, bonsch, von Kopf! Sau stark und gelb und hohe sind zwar sehr. Bonsch, bonsch, von Kopf! Wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn uns steht. Bonsch, bonsch, von Kopf! Dann schminkt euch am Deckel und kommt ja nicht zu spät. Bonsch, bonsch, von Kopf! Und alle! Spongebob Schwammkopf! Spongebob Schwammkopf! Spongebob, 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 Spongebob! Was für ein farbenfrohes Mural. Ihr könnt euch das auch noch angucken. Das befindet sich in Kreuzberg. Was habt ihr denn von der ganzen Aktion mitbekommen? Ja, ich war da mit unserer Kollegin Lisa von Nickelodeon. Und wir haben uns das angeguckt. Wir sind sogar aufs Dach geklettert gegenüber, um das richtig zu sehen. Es war mega cool. Es hat auch nur 2 Tage gebraucht, das alles anzuspringen. Ja, das ist das Schöne, wenn man für Nickelodeon arbeitet. Da darf man dann auch aufs Dach, weil ihr wart in eurem Berufsort. Ihr seid unsere geprüften Nickelodeon-Spongebob-Experten. Und deswegen interessiert mich, was ist denn euer Lieblings-Burger-Moment bei Spongebob? Also ich glaube, für uns beide ist es auf jeden Fall der Moment, wo Fred der Fisch das erste Mal einen Quallengelee-Burger versucht. Und einfach so begeistert ist, dass er direkt anfängt zu singen. Und für dich? Ist es auch dein Moment? Für mich, das ist, glaube ich, unser Beiderlieblings-Moment. Ja, sehr schön. Also eine sehr lustige Folge. So, ich geh mal rüber. Wir sehen uns gleich wieder. Und... Burgina. Das ist Burgina. Ich, ich muss kurz meine Zettel fallen lassen. Ich habe mich spontan verliebt. Das ist total praktisch, weil... Ich habe etwas, um euch zu trauen, für den Fall, dass du sie heiraten möchtest. Ich würde gerne Burgina heiraten. Burgina, möchtest du mich... Wir brauchen einen Hut. Wir brauchen eine Feierlichkeit. Einen Hut. So frage ich euch beide. Sascha, möchtest du diesen Burger zur Frau nehmen? Egal, ob sie verschimmelt oder nicht. Ja. Dann erkläre ich euch hiermit zum Mann und Burger. Wuhu! Vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich danke dir, Felicitas. Ich gehe schon mal rüber. Dann mache ich noch schnell die restlichen Burger fertig. Ja. Ich stelle schon mal den Burger ab und werde... Macht es euch doch schon mal gemütlich, ihr Bein. Ich gebe dir einen wichtigen Zeller. Und du bist jetzt mein. Natürlich möchte ich jetzt diesen Burger testen. Und ich habe mir flüstern lassen von Felicitas, dass es sein könnte, dass unsere Zungen eine Farbe annehmen, wenn wir die Burger essen. Das werden wir gleich überprüfen. Wie sieht es bei dir aus? Sie werden leuchten vielleicht. Sie werden leuchten vielleicht. Okay. Ja, ich muss es noch hier rüber transferieren. Guck mal. In der Zwischenzeit sage ich euch, ihr konntet oder könnt immer noch auf Spongebob.de eine Frage beantworten und mit etwas Glück ein Sommerpackage gewinnen. Das letzte Paket ging an... Trommelwirbel. Quallen, Nick. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt das auch immer noch machen. Geht einfach auf Spongebob.de. Außerdem seht ihr uns da die ganze Zeit im Livestream. Bis heute Abend, denke ich mal, 20.30 Uhr sind wir am Start. Da könnt ihr auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Okay. Felicitas. Ich möchte jetzt wirklich reinbeißen und möchte gerne, dass wir gemeinsam das zelebrieren. Wir wollen alle zusammen essen oder es ist doch eine Hochzeitsparty. Okay. Warte. Mh. Kommen wir noch mal hinzu. Ja. Kommt zu uns. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Hochzeit. Einen habe ich vergessen, hole ich. Wer darf nicht fehlen, wenn ihr. Ihr müsst hier sein. Guck mal, wenn das nicht die schönsten und buntesten Burger sind, die Berlin je gesehen hat. Die sehen so lecker aus. Bitte schön. Ich finde auch, dass wir gleich noch mal gemeinsam ein Bild machen. Warte. Einer. Ach, meine Decke zu viel. Macht ja nichts. Geht es? Jetzt bin ich immer so aufgeregt, wenn das Essen serviert wird. Kennt ihr das wie im Restaurant, wenn es kommt, dann kann man es kaum aushalten. Bist du perfektionistin? So. Sehr. Einer gehört noch dir. Möchtest du gelb oder pink? Ähm. Ich nehme den gelben. Okay. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns diesen Burger probieren. Aber erst mal ein Bild. Möchtest du den mit uns allen machen? Okay. Schön mit fettigen Fingern. Alle drauf? Ja. Schieb mal den Burger rein. Okay. Und jetzt probieren wir und gucken, ob unsere Zogen farbig sind. Okay. Drei, zwei, eins, go. Ach. Aber einfach ein Burger. Mh. Mh. Einmal. Mh. 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 Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Leuchtet nicht. Aber lecker ist es. Das ist das Wichtigste, oder? Ja. Es leuchtet nicht. Dafür habe ich mich schön bekleckert. Also, es schmeckt herrlich. Felicitas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es war mir eine Ehre. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut und bin total dankbar für den Burger. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst. Dass du noch ganz viel um die Welt reisen kannst mit deinen Büchern und all dem, was du vorhast. Ich weiß, du bist einzigartig, weil du hast die Innovationen am Start. Wir essen uns jetzt satt und für euch da draußen geht auf spongebob.de und holt euch diese Gewinne. Das könnt ihr gewinnen, beantwortet euch eine Frage. Unter allen Einsendungen gibt es auch noch Familienreisen nach Österreich zu gewinnen. Also, viel Glück und wir sehen uns live im Fernsehen um 18 Uhr wieder. Ansonsten gleich im Livestream. Tschüss. Ciao. Mein Mann ist eine Gruppe. Hast du das gesehen? Das war der schönste Tag meines Lebens. Schalte in einer Stunde wieder ein und gewinne weitere tolle Preise.